Heute bleibt keiner zu Haus, heute Nacht gehen wir aus, heute feiern wir ganz groß, denn im Huraclub ist was los. Ja, im Huraclub ist was los. Ja, ganz aktuelle Statistik aus meinem Serium. Na endlich mal eine Kurve aus dem Osten, die den Aufschwung zeigt. Das ist die Zahl der Verkehrstoten in den neuen Bundesländern. Ah, sehr schön. Lernmarktwirtschaft mit Helmut. Die regelmäßige Infosendung für die fünf neuen Bundesländer mit freundlicher Unterstützung des Bundespresseamtes Bonn. Bundeskanzler Helmut Kohl kennt die Probleme der Länder, denn er ist monatelang mit einer Gruppe hochqualifizierter Experten durch das Gebiet der ehemaligen DDR gereist. Höher, höher, hoch! Er hat sich ein Bild vom Zustand der Städte in Ostdeutschland gemacht. Ha, 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 hoppala! Und hat mit den Menschen in Dresden und Leipzig gesprochen. Fag ihm mal, wie's'n geht. Nü, lieber neuer Mitburscher, wie geht's uns denn? Ach, schlecht geht's, ganz schlecht. Wir haben alle keine Arbeit, alles verruttet, überall Hoffnungslosigkeit. Ich kann Ihnen sagen... Also, was ist jetzt? Ach, Herr Sohn. Ja, 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 so ist schon gut. Also, wie geht's ihm? Gut. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Hallo! Und ich bin Helbud! Äh, halt, 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 Haffin, Haffin! ARD Text im Auftrag von Funk